Für einige Kleingärtner der Anlage Sonnenland am Brückenberg heißt es in den kommenden Tagen und Wochen Abschied nehmen von ihrem geliebten Grundstück. Eine Hangabrutschung im hinteren Bereich hatte Gutachter auf den Plan gerufen und die kamen zu einem dramatischen Ergebnis. Einige Kleingärten müssen geräumt werden, da die Gefahr an der Hangkante zu groß ist. Damit stehen einige Pächter nach zum Teil jahrzehntelanger liebevoller Bewirtschaftung ihrer Gärten vor dem Nichts. Alles begann mit starken Regenfällen im Jahre 2013. Das Wasser schoss durch die Gärten über die Wege hinweg und bahnte sich seinen Weg hinab in die Mulde. Lange hielt die Hangkante den Fluten nicht stand. Das liegt an der Beschaffenheit des Untergrundes. Hier hinten war praktisch mal Abraum gewesen von der Gartenanlage. Da sind früher mal Grünabfälle abgelagert, wie das nur üblich war, früher in den Gartenanlagen. Und das ist dann irgendwann geschlossen worden, weil nichts mehr hinging. Und dann ist eben das zum Bebauen freigegeben worden. Im April 2014 stand das Ergebnis der Untersuchungen dann fest. Die Gärten müssen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Wer selbst einen Garten hat, wird nachvollziehen können, wie es den Pächtern bei dieser Nachricht erging. Es sind auch welche dabei, die waren wirklich enttäuscht gewesen, haben auch geweint. Die Frauen, gerade weil es auch ältere Frauen sind, die nun dann, ich sag mal, ihr Lebenswerk aufgeben müssen. Und bei den Gärten hier, die haben sich natürlich anfänglich ein bisschen gesträubt, die fünf Gärten, wo das jetzt war, die gleich raus müssen. Aber letzten Endes bringt es ja nichts. Mehr als Verein können das ja eh nicht beeinflussen. Die Anlage umfasst reichlich 200 Gärten, von denen einige leer stehen. Den Gartenfreunden können zwar neue Parzellen angeboten werden, doch ob es gleichwertige Grundstücke sein werden, ist fraglich. Wir sind bemüht, das zu machen. Es ist aber nicht einfach. Wir haben zwar einen großen Leerstand, ja, was ist das große Leerstand? Zwölf Gärten haben wir leer im Moment. Und es sind aber jetzt nicht die Lauben, die man den Leuten gleichmäßig anbieten kann. Die Lauben sind alle schon älter, von älteren Gartenmitgliedern, die schon von Anfang an da gewesen waren. Und das ist kein Vergleich zu dem, was die Leute sich praktisch geschaffen haben. Das hieße bei einigen Gartenfreunden, sie müssen ihre massiv gemauerte Laube gegen eine Bretterbude tauschen. Man mag es sich wirklich nicht vorstellen. Kann man sich gegen einen solchen Fall eigentlich versichern? Das habe ich gesagt, das steht noch in der Schwebe. Da kann ich auch noch nichts weiter dazu sagen, weil, wie gesagt, die Verhandlungen, das läuft ja auch alles noch. Und da weiß noch keiner so richtig Bescheid, wie das letzten Endes mal abgeht. Eine solche Hiobsbotschaft gerade zu Beginn der Gartensaison wünscht man niemandem. Wohl aber viel Kraft, das alles durchzustehen. Denn das Sonnenland am Brückenberg ist wirklich ein kleines Paradies, hoch oben über der Stadt. Bei einem solchen Ausblick würde freiwillig wohl keiner gehen wollen.